Ich weiß nicht, dass er fällt. Er fällt, weißt du? Verstehst du, Digga? Er geht nur um die Schule. Es ist nicht so clever. Du bist jetzt mit Giovanni. Amigo! Es ist groß! Was hat sie gesagt? Ich denke, dass ich jedes Mal hier in der Morgen gekommen bin. Und siehst du die Stadte. Das Unterricht ist auch schrecklich groß. Es gibt gar nicht so viele Studenten. Das ist ein Peineckel von ineffizienter Bildung. Endlich geschafft! Es wäre schon ein Abenteuer überhaupt, zu Schule zu kommen. Ja! What's going on? The classroom is in an uproar. Er sieht man! Everyone turns towards me. I feel like I did something bad. Good morning? The room suddenly become less tense. Good morning! Tennoju-kun! What happened? What happened? You're red and smell like moss. Don't worry about it. That's because I dove into a lake. He's really into a lake. He's really into a lake. Really? Well... What happened? A transfer student is coming today. She's definitely a female. Of course. Really? But... But no one's seen her yet. I see. So that's what you are all excited about. Exactly! And we know where to go! We knew it too! We knew it too! We knew it too! We knew it before that's been said in this game. You are you this time! Yeah! I knew where to go under car! Ah! What? No! Do not! Car! It's no good! Someone rushes into the classroom. Oh! How did it go? I got as far as the staff room but I couldn't get a visual as a transfer student. Are you guys in the middle school? Don't you wanna know what she looks like too? Boys are so stupid. This isn't that big a deal. One of the girls spoke up. That's you. I don't know. Do you think it's a girl or a young girl? Well, schoolboy A, I think that's a young girl, right? That's true. What's wrong with it? Why do you care? You're just making a bigger idiot out of yourself by acting defensive. What did you say? Only idiots call our people idiots. How old are you? Shut up, stupid girl! A traditional gender war began. Again. This happens a lot here. It makes me think of plants in a greenhouse. Plants vs zombies, oder? Auf jeden Fall. Grasses and flowers carefully raised in a gentle environment. Does Kazamuzui just make people live more happily? Anyway. There's an exception to every rule. Jetzt geht's los. As always, this guy is just, he's glaring at me sharply. He doesn't seem to care how dangerous he looks to everyone around him. Me, Kotori and this guy called Yoshino are the outcasts of the class. We're completely different from each other, but we all stand out from the crowd, somehow. Kotori and Yoshino have no friends either. I'm the only one who can talk to everyone, only me out of the three of us. Yes, that's right. I'm the diplomat. It's like he wants to cut me up or something. I'm scared, so look away, pretending not to notice. I'm just supposed to grab Yoshino. You're not fooling anyone. Yoshino is always aggressive, but it's worse than usual today. Did I do something to him? You passed that. Stop playing dumb. Dead End. Good. 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 I thought it was a different one. Yeah, do we want to say something or...? No. No. Well, good. I'll give you a taste of my dead end diary and knuckles. Can I give you a hint as a reminder? Yeah. Dangerous wristbands reach my eyes. Crap! He's saying some scary things! But I can't do anything about it right now. The teacher should be coming any minute now. He won't try to pull anything yet. Also, I thought. Yoshino is standing up. Oi! Kisoyaro! Hey, shithead! Huh? I pretend not to hear him. Shikoyatendero! I know you can hear me. Kotori's really late. I'm getting kinda worried. I know it won't work, but... I try ignoring him anyway. Hmm... I'm worried about Kanbe, but my wrath doesn't even reach you. I don't believe it. He's backing off. After a while, I tried glancing in Yoshino's direction. One direction. Crap! Eye contact! Hey, I saw it. I didn't do anything. Look at me! I don't wanna! You're ugly! What? My face is so disgusting. You can't be here to look at it. That's not what I said. That's what your mom said. Something's wrong with him. Calm down a bit. Let's talk like adults here, huh? You know, I can't do that. I'm a swim-bott-boo. I'm a swim-bott-boo. Wusstest du, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Schwimmbad-Buben und Schwimmbad-Bubies? Schwimmbad-Buben sind Bishounen, oder? Ja, und Schwimmbad-Bubies sind Bishou-Jos. Bishou-Jos. Warte mal, sind die Shou-Jos nicht Frauen? Ja, Schwimmbad-Bubies. Ah, 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 jetzt hab ich überstanden. Alter. Ich war vorher bei Bubies wie Kiddies. Nee, 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 eher die anderen Bubies. Ja, ich weiß jetzt aber, worauf du hin aufgeregt bist. Ja. Das haben wir in den Augen geöffnet. Ja, aber das hab ich. Seine Augen sollten wir auch mal öffnen. Okay, stimmt, stimmt, ja. Und zu, gerade. You and I are like Abel and Kay. Water and Fire, Darkness and Light. Darkness and Light! Was mich gerade ein bisschen wundert ist, warum ist er mit ihm irgendwie befreundet, beziehungsweise kann irgendwie mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn er ihn hasst anscheinend. Ja, ich glaube nicht, dass er ihn hasst, das ist eher Konkurrenz, irgendwie, die er zu ihm aufbaut. Er scheint ja der King zu sein mit seiner Krone als kleinen Anhänger. Hast du das zum Hemd gekauft, oder war das schon dabei? Du hast das Schwimmbad-Bubies? Das ist Schwimmbad-Bubies. Alter. Ich bin der Schwimmbad-Bubies. Ich bin der Schwimmbad-Bubies. Ich bin der Schwimmbad-Bubies. Alter. You really have a way with words. I kill you! Yoshino reaches out and grabs me by the chest. The whole glass is tense now. I can feel it. No, I'm not. Calm down, bitch. Du bist so schützt. Nein, du bist mir geblieben. Wieso bist du so schützt? Wieso? Mach dir deine Hand auf deinem Kopf. Hör dich. Und denk mal. Ich habe noch keine Ahnung. Wieso bist du so schützt? Ach, er hat mal wieder sein Treffen da vergessen. Wahrscheinlich. Alter, der ist echt ein Dick. Auf jeden Fall. Did something happen? Sorry, but I forget things a lot. Wir strafen ja auch immer mit mehr... Naja, Desinteresse. Ja, auf jeden Fall. Er wird einfach desinteressiert weggehauen. Then you'll have plenty of time to remember it's a sick room. Vor allem die Lehrerin, die lässt sich aber auch Zeit. Und Cottery lässt sich auch Zeit. Lassen Sie alle Zeit. Yoshino clenched a fist of Zen. Okay, Yoshinikun, time for homeroom. Let's all sit down. Tch! Ato de oboeitero. Fine. I'll deal with you later. Alligator. Ja. Yoshinikun returns to his seat. I'm safe now. Good morning, everyone. Good mo- Wait, wait. Drei. Students, deswegen. Drei, zwei, eins. Good morning, teacher. So, we are going to introduce the transfer student today, but for some reason she is not here yet. Hahaha. Everyone in the class immediately falls to the ground. What does that mean, huh? So, we'll introduce her tomorrow. If she shows up during class, please tell her to go to the step room instead. I'll take roll now. That's odd. That's odd. Maybe there's something interesting to happen and then, bam. The moment homeroom ends, Yoshinikun leaps at me again. How dare you blow me up over the weekend. Sit down, Yoshinikun. The first period teacher got here fast. Fine. Just you wait. He's wasting a lot of energy on this. About halfway through class, the rear door cracks open. Hmm? It moves a centimeter every ten seconds. Someone's trying to sneak into the classroom. Slowly. Very slowly. Wie viele Sekunden? Alle 10 Sekunden? 1 cm, oder? Nein. Hat aber lange gebraucht. Okay, wer? Ich glaube nicht, dass es kulturiert ist. Ist das? Ich glaube nicht, dass es kulturiert ist. Ich glaube nicht, dass es kulturiert ist. Sie ist klein genug, es könnte tatsächlich funktionieren. Ah, Lollerwein, Mark, ihr absent, Kanbel. Okay, da ist es. So, ihr könnt einfach zu ihr Seed gehen. Oops. Sie geht zu ihr Seed unkomfortabel. Entschuldigung. Ich bin zufrieden. Entschuldigung, ich bin zufrieden. Sei vorsichtig. Danke schön, dass du für mich eine Hälfte dieses... Ja, man ist halt manchmal im Flow, weißt du? Ich bin sehr dankbar. Okay. Break time. Nein, Tendonji! Warum ist es der Tag? Oh, Tendonji, warum hast du das? Ja, ich habe mich wirklich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Okay. Ich habe mich gesehen. Es ist falsch. Es ist einfach zufrieden. Es war einfach. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe eine neue Freundin, die Lehrer zu sehen. Ich kann mich nicht mit dir machen. Es kann sich nicht mit einem Schaden machen. Es geht nicht mit einem Schaden. Es geht nicht mit einem Schaden. Es geht auch mit einem Schaden. Das ist cool. Da hat er sich doch gleich versprochen. Da hat er sich doch gleich versprochen. Ich sollte dich jetzt bedanken. Ich war ein bisschen. Ich war ein bisschen. Ich war ein bisschen. Aber... Ich war so nah, dass du einen Unautist bekommen hast. Hm. Wir wachsen Blumen aus den Haaren. Sie sehen doch sehr schöne Haare. Nein, du warst nicht. Du warst wirklich klar. Was? Hi? Ich finde ihre Stimme ist irgendwie cool. Ja, das ist schon. Ein bisschen wie Winn, oder? So ein bisschen... Ein kleines bisschen. Hat er überhaupt gesprochen? Nein. Aber vielleicht hätte Winn diese Stimme gehabt. Nein. Okay. Ich glaube eher so Katori-mäßig. Das stimmt. Ich hab den K influenced. Oh mein. Ich habe die Stimme gelesen genommen. Ich habe ihn geschehen. Außeratt, ich fand es, dass ich zum Beispiel diese Kleine gemacht habe. Ich hab das gemacht. Außeratt, es lief um das gibts. Ich habe ein 30 Centimeter gaffe. Aber es ist nicht so. Aber es ist einfach nicht. Sie spürensend seine eigene Binder. Das war's so moo! Having a small butt comes in handy sometimes. But I'd better not be late next time. Yeah, they count you as absent after 5 minutes. So no point turning up if you don't make it on time. True. I'm going to go to the bathroom.